So, willkommen. Wir spielen diesmal Suchen und Zerstören. Ja, ganz schnell. Ich hab alle auf Stumm gemacht. Das hat ein bisschen Zeit gefressen. Deshalb sind wir auch in-game schon. So, wir vercampen uns kurz hier. So, ja, ich werde jetzt Suchen und Zerstören spielen, Leute. Und darf dabei nicht derbs so failen, denn dann müssen wir den anderen die ganze Zeit zugucken. Ich werde jetzt auch ein bisschen Def spielen, weil mein Team unter anderem auch ziemlich am Verteidigen ist. Da macht es wenig Sinn, alleine gegen sechs Leute vorzustürmen. Ah, scheiße, Letzte. Ja. Ähm, Fail. Hm. Ähm, wir nehmen mal eine Waffe mit Schalldämpfer, die Galinen mit Schalldämpfer. Hm. Gut. Ah, Fail. Wow. Verdammt. Was soll ich denn machen, Leute? Ja, der war billig gecampt. Ich weiß, Leute, aber... Mein Team ist komischerweise... Nein! Total am Def spielen, ey. Das nervt mich gerade mal richtig. Noob. Ja, dann nutze ich das Video kurz. Ja, ich finde, dass Quickscopen, Gottverdammt nochmal, derbst-Nubik ist. Denn... Quickscopen ist... Ein Scharfschützengewehr ist nie und nimmer zum Quickscopen gemacht. Da könnten mir jetzt alle sagen, was ihr wollt. Und daher ist das, meiner Meinung nach, Nubik. Ein Scharfschützengewehr ist nicht da, um zu Quickscopen. Quickscopen ist so Nubik, insofern, dass es eigentlich eine Schrotflinte ist, aber mit weiterer Distanz. Und das ist Nubik. Usas in... Wir haben die Bombe. Vergleichbar mit der Usas in... Battlefield 3. Die ist einfach Nubik. Ist einfach so. Dieselbrot! Nein! Oh, da. Das ist natürlich Pro hier. Mit dem führenden Team der Kempten. Das ist natürlich toll. Mann, oh Mann. Jetzt haut mal rein, ey. Was sind die hier in allem Kempten, Mann? Oh. Schaut's euch an. Hier. Oder da. Oder hier. Nein, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, das Campen hat sich auch gebracht, Leute. Ich hoffe, ihr alle seht dieses Video auf YouTube, damit ihr alle seht, wie Gottverdammt ihr am Campen seid, ey. Das ist ja unglaublich. Guckt's euch an. Ja, gut, der ging jetzt. Der ist wenigstens mal ein bisschen vorgelaufen. Der ist Stufe 11. Da geht's ja noch. Aber hier. 16er, 22er, 0 Kills. Gut, dann rusht vor, dann macht er Kills. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh. Das regt mich einfach nur tierisch auf, Leute. Also nicht wundern. Mann, das könnte ich wirklich brechen. Das... Ach, Kotzreiz. Ja, und sowas auch. Da ist sowas, das ist, das ist, das ist nubig. Vor allem Nuketown. Da ist sowas arg nubig. Mann, oh Mann. Oh, das Team von mir ist der Wahnsinn. Guck mal an, wie die failen hier. So. Hier bist du, Null Kills. Oh, ich selekt das. Einen Moment. So, ich will euch unbedingt... Ihr sollt natürlich auch sehen, wie das Ganze ausgeht. Hm, gerade nochmal neu gestartet, das Ava Media Center. Mann, ey, ich reg mich jetzt so über das Team auf. Oh. Ja, ich weiß, wenig freier Speicher. Ich weiß, ich weiß, Leute. Jetzt hütet den einfach ganz gut. Danke. So, jetzt noch schnell das Skill gucken und dann ist Ende, Leute. Mein Festplatz ist voll. Ist wirklich so. Gut, hm, ich krieg jetzt eine neue. Also, keine Angst. Ja, ey, boah. Gut, und zack, 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 tot. Gut. Das war's dann. Ich verabschiede mich mit einem super, super tollen 4 zu 4 von dieser Runde Suchen und Zerstören. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir schreiben würdet, wie ihr das findet, wenn ich ein paar unterschiedliche Modis spiele. Halt nicht immer nur TAD, sondern auch mal hier sowas, was jetzt auch ein bisschen Fail war, aber egal. Also, ich würde mich freuen. Also, bis dann, Leute. Mein Festplatz ist voll. Mein Festplatz ist voll. Vielen Dank.